Hi, ich bin Nina und ich koche heute eine leckere Detox-Bowl. Zuallererst seihe ich die Kichererbsen ab, danach schäle ich die Süßkartoffel und schneide sie anschließend in kleine Würfel. In einer Schale vermenge ich dann die Süßkartoffel mit Öl, Salz und Pfeffer. Die Kichererbsen vermenge ich in einer zweiten Schale mit Öl, Kumin, Salz und Pfeffer. Anschließend gebe ich die Kichererbsen und die Süßkartoffel auf ein Backblech. Das Ganze wird dann in einem vorgeheizten Ofen goldbraun gebacken. Währenddessen reibe ich die Schale von einer Orange ab und presse den Saft dann aus. In einer Schale vermenge ich dann den Orangensaft, die Orangenschale, Ahornsirup, Weißweinessig, Öl und Salz zu einer Vinaigrette. Die Süßkartoffel und die Kichererbsen kann ich jetzt aus dem Ofen nehmen. Anschließend mariniere ich die Süßkartoffel und den Grünkohl mit der Orangen-Ahornsirup-Vinaigrette. So, dann bin ich auch schon fertig und kann anrichten. Das Tolle an dem Rezept ist auf jeden Fall, dass es so mega schnell geht zu kochen. Schmeckt auch mega lecker und beliefert meinen Körper mit vielen wertvollen Vitaminen. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Freude beim Nachkochen. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Freude beim Nachkochen. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Freude beim Nachkochen.